Hallo, wir zeigen euch heute, wie ihr Firmware-Updates auf eurem FireTV 1, 2 oder dem FireTV Stick blockieren könnt. Dies ist sehr wichtig, wenn ihr euer FireTV in Zukunft routen wollt, aber auch für alle, die beispielsweise Apps wie SkyGo oder Kodi auf dem FireTV verwenden, denn es ist nicht garantiert, dass diese nach einem Firmware-Update noch problemlos funktionieren. Sobald eine neue Firmware verfügbar ist, geben wir euch auf unserer Website Bescheid, ob das Routing und die genannten Apps noch funktionieren. Was mit der aktuellen Firmware möglich ist, erfahrt ihr immer in der Sidebar auf unserer Website. Falls noch nicht geschehen, müsst ihr als erstes unter Einstellungen, System, Entwickleroptionen, ADB Debugging und das Installieren von Apps unbekannter Herkunft aktivieren. Danach müsst ihr, falls ihr das nicht schon getan habt, den ES File Explorer installieren und unseren Favoriten hinzufügen. Den ES File Explorer installiert ihr am einfachsten direkt über die Amazon-Website, den Link dazu findet ihr in der Anleitung. Dort einfach rechts oben euer FireTV auswählen und danach auf Beziehen klicken. Jetzt findet ihr die App auf eurem FireTV unter Apps in der App-Bibliothek und könnt sie von dort aus starten. Jetzt klickt oben links auf Favoriten, dann auf Hinzufügen und gebt folgende Adresse ein. Die Eingabe könnt ihr entweder mit der FireTV Fernbedienung, der Amazon FireTV App oder einer angeschlossenen Tastatur machen und klickt anschließend auf Hinzufügen. Danach scrollt links nach unten zu unserem Favoriten und klickt darauf. Dann scrollt rechts nach unten zum Eintrag Firmware Updates blockieren und klickt darauf. Nach dem Download bitte die Zurück-Taste drücken. Wenn ihr den S-Manager bereits installiert habt, könnt ihr diesen jetzt öffnen. Andernfalls klickt auf den Punkt S-Manager, danach auf Datei öffnen, dann auf Installieren und noch einmal mit Installieren bestätigen. Nach der Installation klickt bitte auf Öffnen. Beim ersten Start müsst ihr eventuell noch eine Meldung bestätigen. Nun wählt den Ordner Download und klickt dort auf das Firmware Update Deaktivieren Skript. Im nächsten Fenster klickt oben links auf Starten. Um zu überprüfen, ob es funktioniert hat, verlasst den S-Manager per Home-Button, geht unter Einstellungen, System Info. Dort klickt ganz unten auf Verfügbarkeit von System Updates prüfen und nun solltet ihr eine Fehlermeldung erhalten. Das war's, viel Spaß damit. Wenn ihr mehr vom Fire TV und dem Fire TV Stick erfahren wollt, abonniert uns auf YouTube, schaut auf unserer Webseite vorbei und liked uns bei Facebook.